Hier ist aber ein Sack 109er geplatzt, oder? Alter, wie viele Flugzeuge sind das denn bitte? Ist das echt geil. Jetzt kommt gleich die P2, ne? Guck mal, wo ein Flugzeug da ist! So, und das möchten wir demnächst wieder auf die HW sehen. Die hinteren Maschinen, sie kennen noch ein Stück vor. Hinten links, und hinten mitte. Das ist die, noch den ersten Maschinen, die zwei Maschinen, die kennen noch ein Stück vor. Ja, ich glaube, wir können auch noch ein bisschen vor, ne? Ja, ja, die dritte Staffel. Zwei Maschinen in der Mitte. Ja, ich zieh mal ein bisschen ab von Kolle, kannst du mal im Gucken? Ja, ich sehe den Vorgang. Kolle hat sie ab, ob es weiter vor oder nicht? Ja, das ist auch ein massig Platz. Ja, ja, ja. Ganz ruhig, du hast auch noch ein Noggetzverfüll zu schlägen. Die zweite Maschine in der Mitte kann noch vor. Ja, das ist Gott, ja. Ja. Und die dritte dann auch? Ganz also mindestens so weit wie ich auch. Boah, die Motorgeräusche. Hey, aber das Spiel kommt damit besser klar als sonst. So, hinten ein bisschen was am Mettletcode getan. Ja, hinten sieht gut aus. Da kommen noch mehr Jungsgefühle, warten. Es wird niemals enden! Was noch alle hin? Okay. Alle bereit? Ja. Ja. Bereit! So, Video rollt an, jetzt. Wie du rollt an, jetzt. Musik 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 Das machen wir hinterher, wenn wir die Formationen fertig haben. Das dauert mir eh noch ein bisschen. Bis dahin ist das mit alle. Ich finde das ja als eine ungünstige Höhe. Der weiß nicht so richtig, was er machen soll. Der juckelt ja die ganze Zeit zwischen 1,0 und 0,0. Ja, das mag er nicht. Ich habe jetzt mal auf 1,0. 78 Prozent. 78, Victor, Victor. Der Kurs ist jetzt 106 aktuell. Wo kommen wir halt hier rum? Ach, komm. Oh, 7.000 wieder geht durch. Ich glaube, ich bin so gut als es kommt, oder? War schon 7.000. Ja, ich sehe es. Das ging so schnell. Ich gucke aber mehr auf wie du und dich. Ja, das ist Rolf, Verfrescher. Oh, guck mal, wir haben die Sonne überflogen. Toll. Es ist dunkel. So. Kann man eigentlich die Sterne anfassen. Wir werden es gleich noch rausfinden. Kannst du machen, aber nur einmal. Dann weg. Ich habe mir ein leichtes Warpen. Ach was. Das sind deine zitternden Hände am Joystick. Mops-Geschwindigkeit. Mops. Ich tricke jetzt mal ein bisschen noch aus 0,9. Den 82 Prozent. 81. 827 under attack. Stop then now. Ah ja. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen steigen. Wissen, wie eigentlich wir wir sind? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ja, das ist Fallingrad gleich. Genau. Ich würde gerne mein Fenster aufmachen, um mal zu schluppern. Nein. Wirf doch die Haken, wirf doch die Hansel ab. Ach, das ist gar keine schlechte Idee. Wie geht das Steuerung? E? Einfach nur E. Nur E. Steuerung E kriegst du hinterher. Ja, abspringen aus der Höhe wäre auch mal wieder cool, oder? Wobei die Maschinen hier begrenzt sind. Ja, mach mal nicht. Ja, mach doch nichts. Ich geh mal links raus. Rechts! Nichts! Frei! Bitte! Bitte! Nichts! Das war's. 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 Das war's.